Hallo, schön, dass ihr da seid. Auch herzlich willkommen an alle Leute digital. Es geht so ein bisschen darum, wir wollten einen kleinen Einblick geben in die Geschichte vom University Future Festival und was wir möglicherweise vorhaben. Vielleicht so ein bisschen, was war denn eigentlich vorher? Bevor es das University Future Festival gab, gab es in unserem Themenbereich einen Riesenhaufen Veranstaltungen bereits. Die waren allerdings verteilt, die waren teils klein und die hatten im Regelfall einen thematischen oder einen Zielgruppenfokus. Ich habe viele von diesen Veranstaltungen oder zumindest einige auch mit organisiert und mein Gefühl war irgendwann, naja, wir brauchen eigentlich so den einen Ort, wo der Diskurs über Innovation, digitaler Wandel, akademische Bildung stattfindet, wo thematisch und zielgruppenübergreifend alle Leute zusammenkommen. Weil eben weder Themen noch Zielgruppen sind trennscharf. Da machst du eine Konferenz, die jetzt sich nur an die Leitungsebene von Hochschulen richtet, aber auch auf der Leitungsebene sind genügend Leute, die sich für Teaching and Learning interessieren, für didaktische Fragen beispielsweise. Das heißt, der Gedanke, der sich bei uns so herausgesponnen hatte, es braucht so etwas wie eine Republika nur für unseren Themenbereich. Wir haben dann 2018 das erste Konzept geschrieben, 2019 hatten wir die Finanzierung zusammen und 2020 folgte die erste Ausgabe. Wir hatten ein paar Titelideen. HFD Festival war das erste, das ist es Gott sei Dank nicht geworden. Das wäre ein relativ blöder Name geworden, auch lautmalerisch. HFD, ne? Der zweite Titel war, das war das auch, womit wir dann Geld eingeworben hatten, das Digital University Festival, das dann schnell zum Update University Festival wurde, was ich immer noch einen richtig guten Titel finde, aber geworden ist es am Ende das University Future Festival, was auch sehr, sehr gut ist, weil es eben sehr, sehr viel auch offen lässt. Es geht um Zukunft, es geht um Entwicklung, aber es ist auch eine Schale, die du mit verschiedenen Sachen füllen kannst. Festival stand aber die ganze Zeit als Bezeichnung fest. Warum? Weil wir so eine gewisse Buntheit, Community-Orientiertheit, Arbeit auf Augenhöhe uns immer total wichtig war. Also auch nur so ein Beispiel, auf diesen ganzen Name-Tags findet man keine akademischen Titel und das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass wir die akademischen Titel auf den Name-Tags weglassen, außer Leute zaubern das in ihre Vornamen noch mit rein, dann können wir natürlich nichts machen. Aber wir wollen eben diese Offenheit haben, wir wollen dieses Grassroots-artige haben, wir wollen Begegnungen auf Augenhöhe. Jo, ich hatte ja jetzt gesagt, 2020, dafür war das geplant, da haben wir das auch gemacht. Da war ja was 2020 und zwar Corona. Wir hatten ursprünglich geplant, eine Präsenzveranstaltung zu machen, ganz klassisch. Wir hatten die Kulturbrauerei gemietet, die Berlinerinnen und Berliner kennen sie. Wir haben so mit 1000 bis 1500 Leuten geplant auf fünf Bühnen, also wirklich eine Art kleine Republika in unserem Bereich. Naja, dann kam Corona und dann waren die Pläne alle vom Tisch. Wir kamen auch ganz gut aus unserem Mietvertrag wieder raus, das war ein Vorteil, weil es ja nicht durchführbar war, die Veranstaltung. Corona kam aber früh genug, anders als für viele andere Veranstaltungen, dass wir umplanen konnten. Das erste Festival war im Oktober und es blieb also beim Oktober, wir sind komplett aufs Digitale gegangen und hatten tatsächlich 1800 aktive Teilnehmende. 2700 Tickets vergeben, 1800 dabei, also wirklich auch deutlich mehr, als wir gedacht hätten. Jo, soviel zur Vergangenheit. Ja, dann würde ich weitermachen mit dem Ist-Zustand, also das, was wir gerade ja auch erleben. Genau, es ist ein geografisch vernetztes Event, was seinen Fokus auf dem Digitalen hat. Also wir haben verschiedene Standorte, beispielsweise sind wir heute auch noch in Leipzig und Nürnberg. Die Berliner Stage, auf der wir jetzt gerade sind, ist sowohl heute als auch morgen zugänglich und, und das ist uns eben auch wichtig, wir haben vor allem einen Fokus auf den digitalen Bereich. Das heißt, dass der Großteil und vor allem auch die Vernetzung digital stattfinden soll. Genau, der Modus ist zumindest nach unserem Wissen bisher einzigartig. Wir suchen immer mal wieder nach vergleichbaren, ich glaube mein Sound ist ein bisschen am, aber gut, wir suchen immer mal wieder nach vergleichbaren Veranstaltungen, aber bisher haben wir noch nichts entdeckt. Also auch gerne mal in die Kommentare hier schreiben oder in den Chat, wenn ihr eine Veranstaltung kennt, die ein ähnliches System fährt. Aus unserer Sicht ist auch der Sättigungseffekt noch nicht da. Also wir wollen weiter, wir wollen weiter Tickets. Jetzt wird es hier windig. Das ist natürlich auch der Vor- oder Nachteil einer Outdoor-Stage. Man erlebt tatsächlich auch den Wind jetzt live mit. Genau, das Wachstum ist weiterhin da. Es geht konsequent nach oben. Wir haben ja auch mal ein paar Charts mitgebracht oder eine Grafik, wie das Ganze aussieht. Wir sind jetzt geschätzt bei 7.000, haben bei circa 3.000 Anmeldungen gestartet. Also auch da hat sich einiges getan in den Jahren. Genau, was könnte es werden? Wir haben so verschiedene Ideen und Szenarien, aber natürlich sehen wir selber auch, dass es irgendwann Limitierungen geben wird. Beispielsweise bei den Teilnehmenden. Also wir gehen davon aus, dass wir so bis zu 10.000 Teilnehmenden noch in den Wachstum gehen. Also dass in den nächsten Jahren da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist. Wir wollen weiterhin die Veranstaltung in der Dachregion sein, können uns gut vorstellen, auch noch eine Bühne in Österreich oder in der Schweiz zu machen. Also wirklich diese Dachregion noch mal stärker zu erschließen. Darüber hinaus im nicht deutschsprachigen Raum ist allerdings keine Bühne geplant. Also wir wollen quasi den Fokus weiter auf die Dachregion legen. Genau, Finanzierung ist natürlich immer ein großes und wichtiges Thema. Auch da schauen wir nach verschiedenen Modellen. Es gab auch schon mal Ticketing-Überlegungen. Wir sprechen mit verschiedenen Partnern. Also auch da ist einiges im Wandel. Und das ist uns ein besonders großes Anliegen, ist das Raumthema. Also wir wollen sowohl die digitalen Räume als auch die Präsenzräume eben nutzen und auch weiterentwickeln. Also das, was wir jetzt dieses Jahr geplant haben, ist im nächsten Jahr vielleicht wieder ganz anders, je nachdem, wie es sich entwickelt. Ja, richtig. Vielen Dank. Und das war jetzt eigentlich nur ein ganz, ganz kurzer Einblick. Das sollte auch wirklich nur kursorisch sein. Trotz des Wetters, also für die Leute, die online dabei sind, ihr hört wahrscheinlich auch ein paar Sound-Beeinträchtigungen. Das tut uns wirklich leid. Der Wind weht hier tatsächlich. Das Wetter ist schlechter als erhofft. Wir freuen uns aber über eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020